So, jetzt sind Markus hier mal aufgegabelt. Was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Erzähl mal. Man weiß es nicht. Die Dame an der Info konnte mir da jetzt wie gesagt nicht weiterhelfen. Einfach chillen. Einfach chillen. Ich hab raus, das ist okay. Nein, ich hab ihn rausgeprügelt. Ich muss den Leuten mal zeigen. Allerdings werde ich das natürlich nicht filmen dürfen, logischerweise. Los geht's. Hat super viel Spaß gemacht.